Ja hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück in der Büroküche. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute starten wir mal ausnahmsweise mit einer längeren Vorbereitungsphase. Und zwar habe ich mir als Rezept herausgesucht Schweinerücken mit Trockenpflaumen gefüllt. Und natürlich müssen wir erstmal die Schweinerücken mit Trockenpflaumen füllen. Dann wird das Ganze noch ein bisschen mariniert, kommt für eine halbe Stunde in den Kühlschrank und dann geht der eigentliche Kochvorgang los. Aber schau mir schon mal über die Schulter, weil auch ich finde das jetzt interessant mit dem Füllen des Schweinerückens mit den Trockenpflaumen. Muss ich auch mal sehen, wie ich das hinbekomme. Du kannst zuschauen, lass uns starten. So, ich habe mir ein langes Messer herausgesucht und im Kochvorgang steht, dass hier jetzt ein Loch reingeschnitten werden soll, damit die Pflaumen reingefüllt werden können. Ja, ich würde einfach erstmal versuchen, das so halbwegs hier durchzustechen und dann vielleicht einen Spalt zu machen. Und dort dann die Trockenpflaumen reinfüllen. Ja, weiten wir mal kurz noch mit den Fingern. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus und ja, dann füllen wir die mal rein. So, 10 bis 12 sind laut Rezept angegeben. Ich denke mal, das sind jetzt drei, die bekommen wir auch rein hier. Also ich halte es jetzt mal in die Kamera. Die 10 bis 12 Pflaumen haben hier gut reingepasst. Das Stückchen ist auch ein bisschen größer, weil ich glaube 700 Gramm sind angegeben. Das sind hier glaube ich 950 gewesen. Ja, aber ich denke, das wird so funktionieren. So, jetzt kurz die Finger ein bisschen abwischen. Und weiter geht's. Jetzt wird die Marinade zubereitet. Und hier steht in einer großen Schüssel zwei Esslöffel Öl. Ich nehme mal in einen Topf. Und weiter kommt dazu 1,5 Teelöffel Paprikapulver. Edelsüß. Dann ein halber Teelöffel getrockneter Majoral. Dann ein halber Teelöffel Knoblauchpulver. So, ein halber Teelöffel Salz. Und ein Viertel Teelöffel Pfeffer. So, das Ganze vermische ich jetzt im Topf. Lege mein Fleisch hinzu. Oder früher werde ich es erstmal kurz einpinseln. So, also ich denke, man kann schon erkennen, wie es werden soll. Mir läuft zur Zeit die Marinade auch die Finger runter. Das heißt, ich werde mir jetzt die Finger waschen. Dann kommt das Fleisch für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Und danach sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ja, nun ist eine halbe Stunde vergangen. Und ich habe die Zeit gleich mal genutzt. Weil mir ist aufgefallen, in dem Rezept fehlt das Gemüse. Auf dem Bild ist es vorhanden. Da ist Brokkoli mit abgebildet. Aber ja, es war leider Gottes nicht mit in der Liste. Und somit konnte ich es auch nicht mit auf die Einkaufsliste nehmen. Ich habe mir einfach so beholfen. Ich habe jetzt mal im Kühlschrank geguckt, was liegt da noch da. Da war so ein bisschen Brokkoli Strunk war noch da gewesen, wo die Röstchen schon mal abgeschnitten wurden. Und dann waren auch noch Möhren da. Daraus habe ich jetzt mal ein bisschen Gemüse geschnipselt, was ich hier in den Einlegeboden vom Varoma gelegt habe. Und das Ganze wird nachher noch ein bisschen gesalzen. Und kommt dann, naja, ich würde sagen, nach 20 Minuten Aroma kommt das dann in den Varoma rein. Und dann haben wir noch circa eine weitere halbe Stunde, wo dann das Gemüse auf alle Fälle auch durchgegart wird. Na also das zur Ergänzung steht leider Gottes nirgendwo mit dabei. Aber als kleine Empfehlung, ein bisschen Gemüse ist bestimmt ganz hübsch hierbei. So ansonsten habe ich jetzt das Fleisch hier steht in einer Hitzebeständigen Frischhaltefolie. Kenne ich mich nicht aus. Gibt es sicherlich auch. Aber ja eine Folie und Hitze muss nicht sein. Ich habe das mal jetzt hier mit Backpapier probiert. Das sollte wohl auf alle Fälle auch funktionieren. Und ja, dann starten wir mal los. Also das Fleisch kommt eingewickelt in den Varoma rein. Und dann geht es weiter mit dem Mixtopf. Und hier kommen jetzt 130 Gramm Zwiebeln halbiert und zwei Knoblauchzehen. Ich dann kommt ein halber bis ein dreiviertel Teelöffel Salz hinzu. Dann ein Viertel Teelöffel Pfeffer. Dann mal wieder unsere schöne selbstgemachte Würzpaste. 50 Gramm getrocknete Pflaumen. 40 Gramm Tomatenmark. Und jetzt wird der Deckel aufgesetzt. Und mit dem Messbecher verschlossen. Und alles wird mal für fünf Sekunden zerkleinert. Also ich würde sagen, das kann noch ein bisschen, also noch mal für fünf Sekunden zerkleinern. Und ich werde jetzt auch die Geschwindigkeit noch etwas erhöhen. Denn so kleiner mit dem Thermobix macht ja wirklich Spaß. Und das kann er auch richtig gut. Das heißt also noch mal fünf Sekunden. Und hier jetzt sieht das auch schon schöner aus. So, jetzt kommen noch 750 Milliliter Wasser hinzu. Dann wird der Varoma aufgesetzt. Hierzu natürlich den Messbecher herausnehmen. Den Varoma verschließen wir noch. Und jetzt wird erstmal für 25 Minuten das Fleisch dampf gegart. Dann kommen noch ein paar Sachen dazu. Dann kommen unter anderem noch die Kartoffeln nachher hinzu. Und dann wird nochmal für 25 Minuten gegart. Ich würde das Gemüse ungefähr so 30 Minuten garen lassen. Das heißt also ungefähr fünf Minuten, bevor wir die Kartoffeln einsetzen, setze ich mal noch den Einlegeboden mit dem Gemüse ein. Und dann sehen wir uns zum Einsetzen der Kartoffeln wieder. Bis dahin. So, jetzt sind die ersten 25 Minuten vorbei des Garvorgangs oder des Dämpfvorgangs. Ich habe vor fünf Minuten das Gemüse mit eingesetzt. Da können wir mal vorsichtig reinschauen. Und jetzt kommen die Kartoffeln hinzu. Diese werden jetzt in den Mixszupf eingesetzt und dann wird wieder verschlossen. Dann kommt der Varoma wieder oben auf. Und weiter geht es nochmal für 25 Minuten. Ja, jetzt ist der Dämpfvorgang beendet. Ich stelle den Varoma zur Seite. Und nehme den Gareinsatz mit Hilfe des Spartels heraus. Jetzt beschäftigen wir uns mit der Soße. Und zwar wird der Mixtopf jetzt verschlossen und für 25 Sekunden bei Stufe 5 gemixt. So, jetzt wird die Soße abgeschmeckt. Perfekt. Jetzt angerührte Speisestärke. Ich habe also hier einen Esslöffel Speisestärke. reingefüllt schon mal im Vorfeld und werde das jetzt noch mit Wasser vermischen. Und gebe dies jetzt zum Mixtopf hinzu. Der Mixtopf wird jetzt wieder verschlossen. Und für drei Minuten bei 100 Grad wird die Soße jetzt nochmal aufgekocht. Ja, die Soße ist jetzt fertig und damit ist auch unser heutiges Essen fertig und bereit gegessen zu werden. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und wie immer der Hinweis, wenn du die nächste Woche mit mir mitkochen möchtest, hast du die Gelegenheit, dich in unseren Einfach-Koch-Club einzutragen. Gehe hierzu jetzt auf mixtkoch.de. Hinterlasse deine E-Mail-Adresse und wir senden dir dann automatisch zum Ende der Woche immer eine Einkaufsliste für alle Zutaten, die du die nächste Woche brauchst, wenn du mit uns hier mitkochen möchtest. Das heißt von Montag bis Freitag, genau. Ja, somit musst du nur einmal einkaufen gehen, hast immer abwechslungsreiches Essen und ja, lernst sicherlich auch eine ganze Menge noch dazu. Kleine Bitte noch an dich, wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlasse doch bitte einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Dann werden wir ein bisschen im Internet besser ausgespielt auf YouTube. Das freut uns denn, wenn wir Menschen erreichen können. Ja, und natürlich nur, wenn dir das Video gefallen hat. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Lass dir das Essen schmecken. Es sieht ja wirklich lecker aus und ja, ich freue mich darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen. Mach's gut, bis dahin. Ciao.